David Grimes, es geht gleich weiter diese Woche. Donnerstag zwei Siege gegen Saarlouis, jetzt geht's gegen Stuttgart. Ihr seid auf dem zweiten Tabellenplatz inzwischen vorgerückt, da wollt ihr auf jeden Fall auch bleiben und wenn, dann noch weiter nach vorne nehme ich an. Ja, auf jeden Fall. Die Offensive hat jetzt angefangen, den Ball zu hauen. Wir haben jetzt einfach als Team jetzt langsam unseren Schwung gefunden. Ich meine, mir läuft es auch gerade ganz gut. Unser Pitching ist mittlerweile richtig gut. Ich meine, in Stuttgart werden zwei harte Spieler werden. Die haben uns jetzt immer gute Spieler gegeben bis jetzt. Gerade das Pitching war irgendwie immer solide. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ich meine, der zweite Pitcher, Dustin Ward, hat jetzt das letzte Spiel mit 16 Strikeouts geworfen, glaube ich. Da wird es bestimmt ein schwieriges Spiel. Wir wollen den Ball mitnehmen und dann hoffentlich die Playoffs clinchen dieses Wochenende. Ja, Dustin Ward hat am Donnerstag geworfen. Wird man auch sehen müssen, wie viel der werfen kann. Ihr seid, glaube ich, ganz gut aufgestellt, pitching-technisch. Bill Greenfield, Jan Tomek, beide nicht geworfen unter der Woche. Das werden wahrscheinlich die Starter sein, nehme ich an. Ja, genau. Wir haben eigentlich ganz gut durchgekommen. Daniel und Philipp haben einen guten Job gemacht unter der Woche gegen Saarlouis und haben jetzt eigentlich mehr oder weniger das ganze Pitching zur Verfügung fürs Wochenende. Ich meine, der Benji am Ende musste mal reinkommen, es ist eng geworden. Aber ich denke, mit den zwei Startern heute und morgen wird es ein gutes Spiel. Du hast es vorhin schon angesprochen, bei dir selber läuft es offensiv richtig super. Im Moment bester Average in der Liga. Was hast du gemacht, damit es so gut funktioniert oder klappt es einfach? Ja, ich weiß nicht. Manchmal habe ich Glück. Ich meine, gerade gegen H habe ich so drei, vier Cheap Hits gehabt, die dann so ein bisschen reinhelfen. Irgendwann läuft es dann. Das ist ganz cool. Ich meine, wir hatten jetzt eigentlich ein ganzes Team mehr Glück gehabt. Langsam, ich habe viele Cheap Hits gehabt und irgendwann kommen noch die guten Hits. Deswegen ist es eigentlich ganz gut gerade. Dann gar nicht in Frage stellen, sondern einfach das weitermachen, was funktioniert. Alles klar. Dann viel Erfolg für die beiden Spiele, David. Danke dir. Danke.